Willkommen zu meinem Review-Video über das Motorola Moto G14 Smartphone. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Sie sein könnte. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Das Motorola Moto G14 Smartphone bietet ein unglaublich brillantes 6,5 Zoll Full HD Plus Display, das Ihre Filme, Serien, Spiele und Videoanrufe gestochen scharf zum Leben erweckt. Sie werden von der Bildqualität begeistert sein. Außerdem verfügt das Smartphone über Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, die Ihnen eine multidimensionale Klangwelt bieten und satte Bässe sowie glasklare Stimmen liefern. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des Moto G14 ist das innovative 50 MP Kamerasystem. Egal ob bei Tag oder Nacht, Sie können brillante Fotos aufnehmen und mit den speziellen Makrovision-Objektiv sogar kleinste Details aus nächster Nähe einfangen. Die Bildqualität wird Sie umhauen. Was die Akkulaufzeit betrifft, können Sie sich auf das Moto G14 verlassen. Mit seinem 5000-MAR-Akku und der Turbo-Power-Technologie können Sie bis zu 40 Stunden lang aktiv sein, ohne nach einer Steckdose suchen zu müssen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn es um den Speicherplatz geht, bietet das Moto G14 128 GB internen Speicher, der Ihnen jede Menge Platz für Ihre Fotos, Filme, Songs und Apps bietet. Und wenn das nicht genug ist, können Sie den Speicherplatz mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Das ist wirklich praktisch. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Viele zufriedene Kunden haben ihre positiven Erfahrungen mit dem Moto G14 geteilt. Ein Kunde mit dem Namen Dödelheimer sagt, mein drittes Android-Motorola-Handy und ich bin wieder begeistert. Gute Kamera, Top-Sound und vernünftiger Akku. Auch vernünftig schnell und kein völlig verbasteltes Android-Handy wie bei Samsung. Bin begeistert und 250 Euro sind echt okay für ein hochwertiges Handy. Ein weiterer Kunde mit dem Namen Amazon-Kunde sagt, nachdem ich 10 Jahre mit Samsung unterwegs war, habe ich wegen Testberichten und den wirklich nicht mehr bezahlbaren Preisen von Samsung und Co. eine Alternative gesucht und gefunden. Dieses Handy wird mit einer Schutzhülle und einem Ladegerät geliefert. Auspacken, einschalten, vorgeladen zum Einrichten, bei Google anmelden und nach knapp 30 Minuten mit allen Apps vom alten Gerät betriebsbereit, inklusive Kontakte und so weiter, wenn man die Synchronisation mit Google auf dem alten Smartphone aktiviert hat. Nach zwei Tagen Testen mit allem, was man so täglich macht, haben mich die Akkuleistung und die Empfangsqualitäten im WLAN und LTE Plus absolut überzeugt. Display ist für diesen Preis unfassbar gut, Sound ebenfalls. Alles in allem ein sehr wertiges und qualitativ hochwertiges Handy, das auch eine super Kamera hat, einen 3,5 Klinken Anschluss und, haltet euch fest, ein echtes UKW-Radio. Mit App dazu, mehr geht wirklich nicht zu diesem Preis. Absolute Kaufempfehlung, danke Moto. Diese Bewertungen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen positiven Erfahrungen, die Kunden mit dem Moto G14 gemacht haben. Es ist klar, dass dieses Smartphone in Bezug auf Qualität und Leistung wirklich beeindruckend ist. Abschließend möchte ich sagen, dass das Motorola Moto G14 Smartphone eine großartige Investition ist. Mit seinem brillanten Display, dem innovativen Kamerasystem, der sensationellen Akkulaufzeit und dem großzügigen Speicherplatz bietet es alles, was Sie von einem modernen Smartphone erwarten. Es hat auch viele zufriedene Kunden, die seine Qualität und Leistung loben. Wenn Sie auf den Link in der Videobeschreibung klicken, gelangen Sie zur Amazon-Seite, wo Sie das Moto G14 kaufen können. Indem Sie das Produkt über diesen Link kaufen, unterstützen Sie nicht nur mich und meinen Kanal, sondern Sie erhalten auch ein hochwertiges Smartphone, das Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Also zögern Sie nicht länger und holen Sie sich das Motorola Moto G14 Smartphone noch heute. Sie werden es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.